Vor ein paar Tagen hat uns der liebe Christian ein paar Mystery-Pakete zukommen lassen. Und ihr habt ja gesehen, da gab es einige Schätze zu entdecken. Wahnsinn! Aber jetzt kommt es noch besser. Der Christian hat uns eingeladen, mal seine Sammlung anzusehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das in den Mystery-Paketen nur die aussortierten Sachen waren, was dann alles in der Sammlung ist. Und ich würde sagen, kommt einfach mit! Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.